Aha! Hallo, liebe YouTube-Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Barbie Legacy. Apropos, nicht apropos, wollen wir diese Musik jetzt anlassen oder soll ich unsere Chill, also unsere Cozy-Playlist anmachen? Auf jeden Fall, bevor das jetzt hier untergeht, hier ist der wunderbare YouTube-Chat. Wir sind wieder live auf Twitch. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, twitch.tv slash infinity unterstrich Nina, da bin ich zu finden. Und dieser wunderbare Chat. Habe ich YouTube-Chat gesagt? Ich weiß es nicht. Twitch-Chat meine ich natürlich. Hm. Und wir spielen heute wieder Barbie Legacy. Mittwoch natürlich, aber heute ein bisschen früher, weil heute um 18 Uhr spielt Deutschland. Wir haben uns gerade schon geschminkt, weil dieser Stream ist gesponsert von Asam Beauty und da kommt Princess Pig auch noch vorbei. Princess Pig denkt sich so, nee. Und Mimi denkt sich so, ich sperre jetzt hier erstmal jemanden. Hallo! Schön, dass ihr alle da seid. Good day, good day. Princess Pig, baby. So. Hallöchen. Liebe Raider, Princess Pig, vielen, vielen Dank für den Raid. Was habt ihr gemacht? War an Versehen, Dart macht gar nichts. Habe ich mir schon gedacht. Ähm, ich bin die Nina. Hallo. Wir haben uns gerade geschminkt und... Tanz in der Runde. Wir spielen heute Just Dance. Nein, Spaß. Wir spielen heute Barbie Legacy. Ähm, so. Und jetzt, ich wollte gerade fragen, was ihr gemacht habt. Habt ihr auch Sims gespielt? Oder was gab es bei euch? Ähm, ihr habt geplaudert. Wie schön. Plaudern finde ich auch immer super. Also ihr seht, da oben steht auch eine Stunde 25. Äh, wir haben auch wieder noch viel zu erzählen gehabt. Aber wir haben uns auch noch dabei geschminkt, ne? Ähm, auf jeden Fall sind wir gerade mitten in der YouTube-Begrüßung auch. Also ihr könnt quasi auch direkt meinem YouTube Hallo sagen. Deswegen haben wir hier den Chat gerade im Bild. Ähm, schön, dass ihr auf jeden Fall da seid. Macht's euch schön gemütlich, wenn ihr noch bleiben wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Und wenn ihr heute Abend das Deutschland-Spiel guckt, viel Spaß. So. Genau. Das ist auf jeden Fall der Twitch-Chat. So, jetzt geht ihr einmal wieder hier an die Seite. Ich finde es auch toll, dass ich hier noch Katzenstreu offen habe. Schön. Ähm, und Franzi, danke für die zwölf Monate. Merle, danke fürs verschenktes Ab. Und Gusinger, danke für die vier Monate. Vielen, vielen Dank. So, ähm, wir sind hier auf jeden Fall mit unserer Chelsea. Ihr seht, wir sind bei Barbie zu Hause, also in unserem Original-Barbie-Haus, also aus der ersten Generation. Mit den Drillingen. Hier haben wir Christy, da drüben ist unsere Courtney. Und dann haben wir noch Tommy und Stacy natürlich hier unten. Äh, einer fehlt im Bunde. Genau, unser Jamie mit den blauen Haaren. Die haben wir nämlich beim letzten Mal umgestylt. Also die Drillinge sind zu Kindern geworden. Ähm, wir sind hier, weil etwas Megatragisches passiert ist, womit wir nicht gerechnet hätten. Und ich, ja, bin immer noch sehr, sehr traurig, dass das passiert ist. Denn unsere gute, geliebte, beste Freundin und von Tommy tatsächlich feste Freundin. Iva ist beim letzten Mal gestorben plötzlich. Also wir wissen auch gar nicht, wieso das passiert ist. Sie ist vor Scham gestorben, was super, super krass ist. Ja, genau. Und deswegen sind wir gerade hier bei der Family, weil wir jetzt einfach sie so ein bisschen unterstützen wollten. Für Tommy Saar sein wollten. Und, genau, wir haben, glaube ich, jetzt auch die Woche rum, wir sind ja noch an der Uni, wir studieren Wirtschaft. Wir haben auch schon vier von acht Leistungspunkten. Das heißt, wenn wir diese Vorlesung durchhaben, also eigentlich sollten wir in diesem Stream heute die Uni abschließen, wenn wir es schaffen. Weil ich bin ja nicht mehr ganz so lange live, aber ich glaube, wir kriegen das hin, wenn nicht, wenn nicht, wenn nicht, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Ne? Wissen wir ja nie. Und der Code ist den ganzen Monat gültig, der ASAM-Code. Habe gedacht, ich war schon lange nicht mehr hier und muss doch mal nach dem Rechten schauen. Ja, ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Total schön. Uni in einem Stream abschließen. Ein Traum, ja, oder? Davon träumt Luki nachts. So, genau, dann würde ich auch sagen, starten wir rein. Sie ist super müde. Wir gehen aber trotzdem noch mal ganz kurz. Wir machen was zu essen für die Family. Ich glaube, das fände ich süß. Wenn sie was zu essen vorbereitet. So ein richtiges Wohlfühlgericht. Ja, komm, Macaroni mit Käse. Eine Partygröße, weil wir sind ja quasi eine Party. Muss ich später alles noch nachschauen, wie traurig. Ja, das war wirklich ein bisschen traurig. Ach. Vor allem für Tommy. Ich weiß auch nicht, wer sie ist. Ach so, unsere Mitbewohnerin. Genau, die ist einfach mitgekommen. So eine Trauerfeier, auch schön. Diana, danke schön für die 18 Monate. Vielen, vielen Dank. Kommt da irgendwann noch mal Staffel 2 von Love Island. Ja, hatte ich ja eigentlich für dieses Jahr tatsächlich geplant. Aber habe ich dann ja doch erst mal verworfen, weil ich dann mehr Lust auf Become Human hatte. Aber ich sage niemals nie. Also ich habe generell auch sehr Lust darauf. Also es kommt bestimmt noch mal eine Staffel 2. Warum wurde Live by You eigentlich gecancelt? Weil das Grundgerüst wohl nicht gepasst hat. Und das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Aber ich dachte trotzdem, dass das Potenzial groß genug ist. Ähm, ja. Einfach super schade. So, alle zum Essen rufen. Happa, happa. Lecki, lecki. Oh, guck mal die beiden. Hört doch auf. Hört doch auf. Warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Äh, welcher in einem anderen Spielstand? Ja, okay. Alles gut. Wie macht man die Bilder, die von Barbie und Ken da hängen, im Schlafzimmer? Meinst du die? Das haben wir mit der Kamera einfach gemacht. Sim Session. Das ist ganz schön. Kratz. Sim Session, danke schön für deinen Sub. Sechs Monate im Voraus. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halt dich gut fest. Schneide dich an. Und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank. Ei, ei, ei. Das ist wirklich lang. Ha, danke dir. Bei mir gibt's heute Bandnode mit Rosmarin-Buttersauce. Klingt ja mega geil. Lass es dir schmecken. Also nochmal kurz zur Musik. Hört ihr die und findet ihr die gut? Oder soll ich lieber unsere klassische Playlist anmachen? Ja, guck mal, das Essen ist fast leer. Wie viele noch? Drei. Wir gehen am Freitag mit der Klasse paddeln. Oh, wie cool. Ja, ganz viel Spaß. Ist toll, richtig die Partystimmung hier. Okay. Ja, ich finde das auch mal ganz gut heute. Wir haben heute mal ein bisschen Abwechslung. Aber sonst sind ja alle eigentlich relativ gut drauf. Ich glaube auch, Tommy kann sich ganz gut mit seiner Familie ablenken. Auch wenn er zwischendurch immer mal einen kleinen Seufzer hat. Es tut mir so leid für die. Mann, Mann, Mann. Hätte er auch voll Lust. Die sind doch jetzt auch beide junge Erwachsene. Wollen wir die Twins vielleicht in die... Also wollen wir die ausziehen lassen? Dass die vielleicht in die Stadt ziehen? Einfach damit wir das raushauen. Also dass die nicht mehr mit hier wohnen. Fände ich eigentlich ganz cool. Also dass wir das jetzt nicht einrichten oder so. Weil sonst bleiben wir da wieder hängen. Ich würde wirklich gerne heute die Uni abschließen. Aber dass wir die halt einfach in ein Apartment in der Stadt ziehen lassen. Also da würde ich die beiden sehen. Äh, ja, danke für die neuen Monate. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Eine WG? Ja, dass die beiden zusammen in eine WG ziehen. Finde ich eigentlich ganz cool. Bei uns gibt es heute schön alt-deutsche Küche, äh, deutsche Küche, denn es gibt Abendbrot. Ja, ist doch schön. Ist doch auch voll lecker. Gab es bei uns früher immer. Bei uns gab es immer mittags warm und abends gab es Abendbrot. Okay, dann lassen wir die mal ganz kurz ausziehen. Mh, hier. Und dann teilen wir den Haushalt einmal auf. Und Stacy und Tommy. Ziehen aus. Na, da müssen wir jetzt aber mal ganz kurz, äh, fäh, ne? Wie heißt es denn? Free, real, estate, on. Ähm, und dann schauen wir mal, was wir so haben. Also. Äh, ich finde das eigentlich ganz cool. Da wohnt eh schon so, also das sind ja ganz komische Leute. Habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Ich ziehe ihn jetzt mal aus. Weil guck, das ist ein gutes Apartment. Da sind zwei Schlafzimmer schon drin. Super. Äh, ihr müsst leider ausziehen. Tut mir sehr leid. Dat, 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 dat. Für mich gab es jetzt auch ein schönes Paket von Asam. Freue mich schon extrem drauf. Mega, Leute. Ihr seid echt der Hammer. Vielen, vielen Dank. Sonst gab es heute Green Goddess Salat. Oh mein Gott, den möchte ich auch unbedingt mal probieren. Aber ich weiß nicht, ob Lukas das mag. Aber ich möchte es unbedingt mal probieren. Und Smashed Potatoes. Lecky. Okay. So, dann schauen wir mal, ob die zwei da jetzt einziehen können. Nee. Da. So. Und dann geht ihr... Hier hin. Let's go. Der Flips liebt es. Ich stelle es mir auch richtig lecker vor. Ich muss mir das noch mal genauer angucken. Und dann machen wir das auch mal. Liska, Hallöchen. Good day, good day. Bei mir kam heute übrigens mein Paket von Koro an. Ich bin jetzt stolze Besitzerin eines 1 Kilo Sackes Sojaschnetzel. Mega. Aber du wirst es nicht bereuen. Wir lieben Sojaschnetzel. We love it. Och, ich hatte heute Morgen endlich wieder Erdbeeren in meinem Frühstück. Das war so toll. Da habe ich mich so gefreut. Was ist Green Goddess Salat? Das ist so halt ein Salat, der nur grün ist. Also da kommen nur grüne Sachen rein. Also das Dressing ist dann auch komplett grün. und es sieht einfach voll lecker aus. Google das mal. Ladina, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Mittelerde Barbie, Hallöchen. Frieda, Hallöchen hat sie bekommen. Guten Tag, guten Tag. Also wenn ihr Interesse an Koro habt. Lukas hat immer eine Kooperation mit Koro. Oh, wow. Chelsea, du siehst aber gut aus. Ich glaube, dann gehen wir jetzt auch nach Hause. Ist ja schon spät, ne? Haushalt ist noch als gespielt markiert. Macht nichts. Der entwickelt sich eigentlich trotzdem weiter. Können wir aber gleich nochmal nachschauen. Da ist der Lucky Live. Aktimella, Dankeschön für die elf Monate. Vielen, vielen Dank. Die Sachen von Ellie Simple sind alle hinter einer Paywall. Lohnen sich die Sachen. Ich habe da ewig nicht mehr runtergeladen. Früher fand ich die Sachen richtig schön. Das Dilemma haben wir ja auch noch. Das habe ich ja völlig verdrängt. Naja. Ja, also ich weiß es jetzt gerade aktuell nicht, was sie so und wie oft sie so Sachen veröffentlicht. Carlo, Hallöchen. Guten Tag. Marcela, Hallöchen. Habe ich schon einmal gesagt? Gleiches. Och, jetzt nervt doch nicht. Ich verfolge mich nicht überall hin. So, warte mal. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in den Weltenverwaltenmodus. Machen die ungespielt. Und dann können wir weiterspielen. Nadie, Hallöchen. Bisher ist noch gar nichts passiert. Wir haben nur ein Recap gemacht. Wir haben Essen gekocht für die Family. Und jetzt sind wir gerade wieder nach Hause gegangen. Ach so, und wir haben die Zwillinge ausziehen lassen. Die sind jetzt in Sanmai Shuno. Chelsea ist noch mit Adrian zusammen, ja. und hat gleichzeitig den Liebesbalken mit Darcy. Deswegen wird es noch eine ganz spannende Sache. Was ist denn heute los? The Butterflies fly away. It's like, yeah. Yeah. Kata. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen, liebe Raider. Kata, vielen, vielen Dank für den Raid. Ich freue mich riesig. Kann auch mal so Hallo sagen. Alle machen das immer. Und ich mache das irgendwie nie. Hallo, Katakuma. Kriegst direkt ein Küsschen. Ob du willst oder nicht. Direkt übergriffen hier. Nee, ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Alter, Löhchen. Ich bin die Lina. Wir spielen gerade Sims. Wir haben auch gerade erst angefangen, tatsächlich, vor 14 Minuten. Also ihr seid genau richtig gekommen. Wir spielen die Barbie Legacy. Das ist unsere zweite Generation. Und, äh, genau. Ansonsten gibt es hier Quatsch. Ach so, ich kann, ja, ich habe da, also hier, ne? Falsche Szene da. Das ist unsere Barbie. Jetzt seht ihr auch was. Deswegen mache ich mein Gesicht nicht groß, weil dann, ja. Egal. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Was habt ihr denn heute gemacht? Schön, dass ihr hierher gekommen seid. Und Lea, Löhchen. Ja, heute sind wieder, also, schön viele Raids, ne? Vielen, vielen Dank. Und Lonnie, Dankeschön. Vielen, vielen Dank fürs Kompliment. Machst du morgen einen Stream oder die Pack-Vorstellung? Welche Pack-Vorstellung bringt EA schon? wieder morgen ein neues Pack raus? Was habe ich verpasst? Ich komme noch nicht mehr hinterher. Was meinst du? Wird am 27. vorgestellt. Okay. Gut. Dann habe ich ja noch eine Woche. Dann habe ich ja noch eine Woche. Hey, wo haben die das denn angekündigt? Ich kriege doch immer nichts mit. Ich kriege nur die Behind-the-Scenes-Sachen mit, Leute. Also, wenn ihr wüsstet, was ich alles so, ne? Dann werdet ihr, dann werdet euch ganz, wie sagt man das, grün vor Neid. Auf der Startseite. Auf der Startseite. Ach so. Ja gut. Kann man ja mal übersehen, ne? Ich starte das Spiel ja nur jeden Tag fünfmal. Ich lasse hier mal meine Cactusis da. Ja, finde ich super. Finde ich sehr notabel. Habt ihr das mal überlegt, ob ihr das etablieren wollt? Geh gleich zur Massage. Oh Mann, wie schön. Wir haben peruanisch gekocht, dann auf DIYs reacted und dann noch etwas Witcher gespielt. Klingt nach einer super gemütlichen Zeit. Also schaut unbedingt auch mal bei Cutter vorbei. Da gibt es so viel Variety da. Also, ne? Wirklich. Das ist wirklich Variety. Mega, mega cool. Und ganz, ganz viel Spaß und Erholung bei deiner Massage. Wurde geleakt. Ah ja, okay. Also den Leak habe ich mitbekommen. Aber ich wusste nicht, dass es da vorgestellt wird. Ach, das stand im Leak. Ah ja. Okay, hab's jetzt. Ich bin keine Cactus. Ja, okay. Gut. Ja, ne. Aber über das neue Pack weiß ich noch nicht so. Also für mich ist es noch keine runde Sache. Ich bin sehr gespannt, aber ich will auch nicht immer jetzt sagen, es ist zu wenig Inhalt, weil eigentlich müssen wir uns jetzt auch einfach dran gewöhnen. Naja. So, jetzt aber Butter bei die Fische. Wir sind zu Hause. Wir sind zwar müde, aber ich würde sie jetzt noch ein bisschen hier vielleicht an ihrer Präsentation arbeiten lassen. Weil es ist noch keine Schlafenszeit. Bin ich eigentlich die Einzige, die komplett verwirrt ist mit diesen Bonus-Anmeldungssachen bei Sims? Ja, also ich finde das auch nicht so toll. Für mich hat das so ein bisschen Vibes von so Hay Day oder so. Liska, danke schön für die fünf Monate. Vielen, vielen Dank. Marcella wirst du ausgesprochen. Okay. Thank you for the Hinweis. Ich versuch's mir zu merken. Oh, thank you much. Hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Thank you for die 43 Monate. Der Bidi. Das bin ich. Becky, wir haben eben schon drüber gesprochen, dass sie Morgen in Morgas spielt. Und Kopf in Halter hat erzählt, dass du in jedem Stream ganz süß erzählst, wie sehr du dich darauf freust, dass ihr Morgen in Morgas spielt. Und ich habe erzählt, dass ich ganz traurig bin, dass ich nicht dabei bin. Ja. Also, wenn ihr Morgen in Morgas sehen wollt, dann müsst ihr ja mal bei dieser Frau mit dem pinken Diamanten vorbeischauen. Und Luisa macht's gut. Und wie cool. Ganz viel. Also, ja, die sind ja jetzt schon geschrieben. Aber ich hoffe, die Ergebnisse werden so sein, wie du sie dir gewünscht hast. Ich bin auch ganz traurig, dass du nicht da bist. Ja, das war auch wirklich richtig dämlich von mir. Ich so, ja, ich bin voll flexibel nächste Woche. Und dann habe ich so gemerkt, nee, eigentlich bin ich null flexibel nächste Woche. Also, ja, weiß ich auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Naja, aber vielleicht habt ihr ja nächste Woche oder so nochmal Lust, dann kriegen wir das ja vielleicht hin. Guck mal, das sieht auch schon viel besser aus. Und wenn man so ein hottest Outfit anhat, dann fühlt man sich auch einfach direkt besser und kann besser arbeiten. Und den finde ich auch ein bisschen hot, muss ich sagen. Aber ich kann jetzt nicht hier alle Männer anschmachten. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Aber guck mal, es kommt auch keiner vorbei, ne? Darcy kommt nicht vorbei. Und Adrian erst recht nicht. Also, just saying. Guck mal, die True Crime Videos von Becky auf YouTube. Ja, ich glaube, das wissen auch ganz viele nicht, ne? Also, wenn ihr die Becky nur hier aus dem Chat vielleicht kennt, aber noch nie bei ihr vorbeigeguckt habt, dann wisst ihr das vielleicht gar nicht, dass die Becky True Crime Videos macht. Ähm, auf YouTube. Super, super, super cool. Also, da heißt sie genauso wie hier. Deswegen, falls ihr Interesse an True Crime habt, rein da. Ich vergesse das auch manchmal, to be honest. Ja, weil manchmal lebt man ja so fernab von dem, was man jeden Tag so tut. Also, manchmal vergesse ich auch zu sagen, dass ich Sims Videos eigentlich mache. Aber, ähm, ja, das sollte man nicht außer Acht lassen. Weil da steckt sehr viel Mühe, sehr viel Recherche und sehr viel Liebe drin. Marcel, hallöchen. Und sie hat die gleiche Katrin wie ich. Also können die Videos ja einfach nur großartig werden, oder? Also, boah, ey, die Anna, ne? Ich habe mir gestern den Rapunzel-Part so ein bisschen angeguckt, so ein bisschen durchgeskippt. Und ich muss immer lachen wegen dieser Frau. Nicht wegen mir, sondern weil die Anna da so lustige Sachen reinschneidet. Da muss ich einfach lachen. Das ist einfach nur toll. Ich kannte euch beide nur unabhängig voneinander und habe mich voll gefreut, als ich sah, dass ihr befreundet seid. Jaja, und das ist jetzt wirklich auch schon richtig lang. Also, seit 21... Becci kennen wir uns seit 21 oder seit... Äh, 20. Ne, seit 20, ne? Seit Ende 20. Becci, wir kennen uns nächstes Jahr fünf Jahre. Alter. Okay, sie sieht hervorragend aus. Super. Chatsy, dann darfst du jetzt schlafen gehen. Nett von mir, oder? Obwohl, geh noch kurz pieseln, dann musst du in der Nacht nicht aufstehen. Du gehst jetzt nicht auf der Bank schlafen. Ne, steh auf. Und Princess Pig, mach's gut. Danke nochmal für deinen Raid. Schön, dass ihr hergekommen seid. Und ich wünsche dir auch einen ganz, ganz tollen Nachmittag. Und, ähm... Ja, vielen, vielen Dank. Musst du beim letzten Part von der Rapunzel Legacy auch voll lachen. Ey, ich bin so überrascht, wie die Kommentare aussehen, ne? Ich dachte wirklich, ich werde richtig, also, was heißt ich, werde zerrissen, aber, ne? So nach dem Motto, nieder, jetzt schieß ich endlich ab. Voll das Gegenteil. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Es ist noch ein Part voraufgenommen. Und dann bin ich wieder aktuell. Also, ich bin sehr gespannt, wie's weitergeht. Also, ich find's so geil, dass ihr das so feiert. Weil ich hätte echt gedacht, dass euch das eher auf den Keks geht. Chelsea, das ist nicht... Ja, okay. Das ist dein Bett. Du hast es fast geschafft. Fast, beinahe. Ich find's auch schön, wie die Haare immer in ihren Rücken gehen, so. Sie inhaliert ihre eigenen Haare. Finde ich toll. Oder? Eugene forever, ihr seid echt Nudeln. We love the fake toxic relationships, aber only fake and fictional. Ja, das haben viele gesagt. Das ist ja, ist ja nicht echt. Und ich glaube, wir müssen da einfach rein dann, ne? Ich liebe ihn ja auch, deswegen fällt's mir ja so schwer. Eugene ist zwar toxic, aber die beiden sind doch trotzdem so süß. Ja. Und vor allem, die sind ja beide böse zueinander. Also, die sind beide toxisch. Nicht nur er. Also, ja. Mal gucken. Mal schauen, ne? Eigentlich hatten wir auch noch nie so eine richtige toxische Beziehung. Also, so wie die ist von denen. Und das gehört ja leider auch zur Realität. Und da muss man ja auch mal sagen, ne? Das gibt es auch. Auch wenn wir eigentlich halt, äh, Schluss machen sollten. Macht es das besser? Ach, Becky, es ist problematisch. Okay? Das versteht man nicht, wenn man, also... Dieser Mann, er hat mein Herz gestohlen. Becky, wirklich, wenn ich das aufnehme, ich hab das Gefühl, ich hab Liebeskummer. Das ist ganz schlimm. Und der spielt so schlimm in meinem Herzen. Das ist, also, ja. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Und ich weiß, ich sollte ihn abschießen. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Wir können ihn ändern, ja. Findet eine Disclaimer aber sehr sinnvoll. Immer schön dazu sagen, nur, äh, not real life, Mädels. Ja, wirklich. Ist mir auch ganz wichtig, weil das halt wirklich... Also, das ist ja wirklich von so vielen die Realität, ne? Wie das da funktioniert. Dass er mit ihr umgeht wie Arsch gefühlt. Und dann ruft er sie wieder an und sagt so, hey, ich hab mich in dich verliebt. Naja. Naja, dudel, dudel. Warum bist du in meinem Badezimmer? Guck mal, das kommt davon, wenn man einmal die Tür nicht abschließt. Aber ich meine, wenn er schon mal nackig in meinem Zimmer ist. Wann hat man schon mal die Chance, ne? Wir haben gerade über das Rapunzel-Let's Play gesprochen. Ich glaube, er ist so wegen dem Merkmal selbstsüchtig. Aber hat er das überhaupt noch? Weil ich dachte, ich hätte ihm alle negativen Merkmale genommen. Wie lange willst du denn noch schlafen? Sag mal. Ich halte ja die ganze Zeit hier die offen, äh, die offenen Augen. Die Augen offen, ob unser Boy noch erscheint. Also einer unserer Boys. Warum leckt das schon wieder? Mann, oh! Äh, Celine, danke für die zwölf Monate. Vielen, vielen Dank. Ähm, dann... Äh, China. Dankeschön für deinen... Äh, nee, schön, dass du da bist, wollte ich sagen. Herzlich willkommen. Aurelia, auch dir herzlich willkommen. Und da war noch jemand neu? Ah, nee. Hab ich durchgescrollt. Herzlich willkommen. Ich schaue um sechs Fußball. Ja, genau. Ich fand es auch einfach so toll, wie du verzweifelt bist, weil er ständig anruft und erst will, dass du zu ihm kommst und dann eben vorbeikommen will, weil du Nein sagst. Und so bei dem hundertsten Mal, Nina dann einfach, ja, dann komm mal. Ich bin egal. Ich hab so gefühlt, ey, es ist wirklich belastend. Es ist so belastend mit dem Kerl. Ich dachte, ich hätte ihm alle negativen Merkmale genommen. Ist halt auch so. I can fix it. Becky, wenn du wüsstest, wirklich... Das ist wirklich ganz schlimm. Der macht so schlimme Sachen. Also wir auch. Aber er mehr. Ah ja. Blackit, hallo. Schön, dass du da bist. Und ja, wenn du einen Nap machst, dann wünschen wir dir alle einen guten Nap. So, es leckt schon sehr, ne? Muss ich jetzt noch mal ganz kurz meinen... Ich starte mal ganz kurz meinen PC hier neu. Mann, wir kriegen aber auch wieder nichts gebacken. Aber trotzdem, mein... Wir ballern hier heute den... Das Studium durch. Wir werden das heute schaffen. Ich muss mal ganz kurz den PC neu starten. Ich weiß nicht, warum das in letzter Zeit so ist. Mein ganzes Setup will irgendwie nicht mehr. Der Ton geht kaputt. Die Capture Card. Irgendwie alles kacke. Aber egal. Geht ja flott. Ich glaube, Eugene ist wahnsinnig unsicher und versucht, Ray aus der Reserve zu locken. Aber da sie nie darauf eingeht, macht er dann doch selbst einen Schritt. Ich weiß es doch auch nicht. Wisst ihr, ich versuche mir dann ja auch immer neue Sachen einfallen zu lassen. Aber irgendwann... Weiß ich auch nicht weiter. Genau. Ich habe eine Mod installiert, damit das mit der Uni schneller geht. Das heißt, wir brauchen nur acht Punkte. Braucht man einen Abschluss für den Business Job? Weil ich bin jetzt bald auch in der zweiten Generation. Meinst du das Studium jetzt? Also das machen wir nur einfach so. Also das machen wir aus Jux und Dollerei. Also das ist jetzt unser letztes Semester, Merle. Wir brauchen nur noch die Punkte, die wir jetzt gerade... ...erstreben. Und ja hoffentlich auch bestehen. Dann haben wir ja unseren Abschluss geschafft. Das mit Eugene ist wahrscheinlich vom Bestrebensmerkmal. Das kann man ja nicht einfach löschen. Ja, aber das habe ich ja schon nachgeguckt. Das ist ja das Schlimme. Ich habe es schon nachgeguckt und es ist nicht da. Also in MC Command habe ich nachgeguckt. Es ist einfach ganz übel. Lea, für die Save-File haben wir ein Command. Ich glaube, Ausrufezeichen Save-File. Ich finde, die sollten mal so zwei Tage in den Urlaub fahren und dann sehen, wie gut sie über längeren Zeitraum miteinander auskommen. Ja, aber wer kümmert sich um die Katzen? Also für die, die das Rapunzel-Let's-Play nicht gucken, wir haben vier Katzen und einen Hund. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Leute, keine Ahnung. Es war, also die waren auf einmal alle da. Wir haben fünf Katzen, wir haben nicht nur vier. Wir haben fünf. Ja. Weiß ich auch nicht. Auf einmal waren sie da. Aber das mit dem Urlaub ist keine schlechte Idee. Die kommen mit. Ist keine schlechte Idee. Könnten wir tatsächlich machen. Und das ist dann so... Ja, wir lassen uns was Tolles einfallen, Leute. Gibt es denn wieder Autogrammstunden dieses Jahr auf der Gamescom? That's the plan. Also ich bin für die Meet-and-Greed-Area angemeldet. Wir hoffen natürlich, dass wir da jetzt einen Slot bekommen. Und Antonia versucht auch einfach so generell... Also ich habe ja gesagt, ich möchte einfach so viele Meet-and-Greeds, wie es nur irgendwie möglich ist, machen. Egal wann, egal wo. Hauptsache Meet-and-Greeds. Aber ansonsten bin ich natürlich auch einfach so jeden Tag auf der Gamescom. Das heißt, wenn ihr mich seht, könnt ihr mal sagen, Hallo, Nina! Und dann sage ich, Hallo! Und dann, äh... Das ist toll. Genau so wird das laufen. So wird das laufen. Psst, Frau Simfinity. Ich möchte nicht, dass sie jetzt weiterreden. So. Ich möchte dich auch Meet-and-Greeden. Becky, seid ihr eigentlich auf der Gamescom? Oder du? Haben wir doch gar nicht drüber geredet, ne? Da würde ich mich ja sowas von freuen. Dieses Jahr habe ich dann ja auch mehr Zeit für Dinge, weil letztes Jahr war das Gefühl so... Ja... Also, dass mich jeder zur gleichen Zeit gefragt hat, ja, wir wollen was essen gehen, willst du mitkommen? Und das waren so fünf verschiedene Gruppen und ich immer so... Und dieses Jahr habe ich ja zum Glück mehr Zeit, da freue ich mich drauf. Dann weiß ich Bescheid, da hatte ich letztes Jahr schon gesehen. Du warst so lieb, das freut mich. Auch ein bisschen aufgeregt, bin immer ein bisschen aufgeregt. Warst du beim Meet-and-Greed da oder warst du danach, also wo wir draußen waren? Weil, als wir draußen waren, ging es dann. Aber drinnen beim Meet-and-Greed war ich so schlimm aufgeregt. Ei, ei, ei. Da war es richtig schlimm. Eva, danke schön für die 17 Monate. Wir sind übrigens jetzt gleich wieder im Game. Es lädt noch, aber... Wir schaffen das. Ich beim Arbeiten am Rechner, warum schreit Nina mich so von der Seite an? Ja, Melanie, hallo! Ah, überleg einfach nur, wegen dir zu Gamescom zu gehen. Ach Mann, ey, ihr seid so süß. Das kann ich ja immer gar nicht glauben, ne? Ich würde mich auf jeden Fall super doll freuen, ganz, ganz viele von euch zu sehen. Fahre jetzt zu meinen Eltern, wir schauen da auch EM. Ganz viel Spaß, Melissa. Hab ganz viel Freude. Auf einen Sieg. Hab mich noch nicht drum gekümmert, aber theoretisch maybe yes. Ich wollte mich freuen. Also, wie gesagt, ich bin jeden Tag da. Also, wir können auch sehr gerne einen Tag irgendwie gemeinsam schlendern. Also, ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie mein Terminkalender aussieht. Weil ich hab auch voll die coole Anfrage schon bekommen für ein Spiel, was ich voll cool finde, was ich dann spielen darf. Höchstwahrscheinlich. Also, diese Gamescom wird wahrscheinlich mal so, wie ich mir das immer erträumt habe, dass ich halt auch mal so Spiele spielen darf und so. Aber gleichzeitig meinte Antonia auch, dass die Gamescom anders wird als jede zuvor, weil die halt dieses Jahr so krassere Regularien haben, wer halt akkreditiert wird und wer nicht und so. Also, das ist crazy. Haben wir die Uni schon beendet? Becca, raus. Sind sie uns auch noch unsicher, ob wir gehen? Ich möchte aber gern, Vanessa. Ich möchte es gern. Und Eva, hallo auch im Chat. So. Beim Meet & Greet, ich war der Zweite, der noch schnell zu Gnue wollte. Ah, ja, okay. Ja, da war ich noch komplett aufgeregt. Also, da hab ich mir noch fast in die Hose gemacht. Als wir dann hinterher draußen waren, da war es dann okay. Entschuldigung, ist irgendwie rausgerutscht. Ob ich auf die Buchmesse gehe, weiß ich noch nicht tatsächlich, weil das hat mir letztes Jahr nicht ganz so gut gefallen. Also zumindest halt an dem Samstag. Das war einfach nur schrecklich. Aber mal gucken. Also, ich hab noch nicht... Ich bin ja morgen bei Tabea. Frag ich sie mal, ob wir da wieder hingehen wollen dieses Jahr. Würde eigentlich schon gern zur Games kommen, aber letztes Jahr war ich mega enttäuscht. Warum? Warum warst du enttäuscht? Einfach so, wow, ich bin sehr glücklich. Aber thank you, Big Boss, thank you. Thank you. Und Sessi, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich bin im Urlaub während der Games kommen. Ach man. Warum machst du das, Mini? Also, was soll das? Echt? Ja, nee, Black Hat war nicht so voll, oder? Also, eigentlich okay. Okay. So. Jetzt ist besser. Okay. Let's go. Ja, Vanessa, da hab ich auch grad direkt dran gedacht. Da hab ich auch gedacht. Da muss dein Boy einfach zu Hause bleiben und du kommst. Also, so einfach ist es. Ich lass meinen Boy auch zu Hause. Okay, super. So, dann schlaf mal weiter. Fröhlich. Fand's voll entspannt. Weiß nicht, was du meinst. Ja, stimmt. Nee, das war echt schade, weil ich hätte mir halt voll... Also, ja, wahrscheinlich würde ich schon gerne hingehen. Aber diesmal dann halt irgendwie unter der Woche. Weil, also, der Samstag war einfach nur schrecklich. Vielleicht planen sie aber auch was um. Kann ja auch sein. Ähm, vielleicht kann ich mich ja sogar akkreditieren lassen. Das wäre natürlich auch super cool. Aber ich weiß dann noch nicht, ob ich eine Plus Eins haben kann. Dann sag ich einfach, ich brauch einen Kameramann. Und das ist dann Kamerafrau Tabea. Ah, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ja, ja, morgen bin ich bei der Tabs. Freue mich ganz doll. Ich weiß noch, du hattest dich auch verschrieben bei meiner Autogrammkarte. Jedes Mal, wenn jemand die Autogrammkarten postet, dann denke ich mir auch so, Alter, wie kann man so hässlich schreiben? Also, es tut mir auch wirklich leid. Aber es gehört ja irgendwo auch zu mir, ne? Deswegen ist das vielleicht doch okay. So, wo ist das Essen? Ich bin hungrig. Hallo. Was ist das denn? Kaffee. Achso, nee, ist ein Cocktail, ne? Vielleicht sollten wir den nicht morgens trinken. Aber kann man ja auch mal machen. Komm, wir trinken einfach mal Kaffee am Morgen. Vertreib Kummer und Sorgen. Du hattest doch extra geübt. Ja, aber es ist einfach nur ganz, also, einfach nur schrecklich, wirklich. Also, das ist wirklich was, was ich gerne ändern würde, wenn ich könnte. Naja. Weil der Grund war, ah, ich erinnere mich. Und dann habe ich das mit K geschrieben, ne? Jetzt erinnere ich mich. Ja, trink deinen Drink. Jetzt hast du ja schon zig unterschrieben durch deinen Schmuck. Ja, und es sieht trotzdem alles kack aus. Vor allem beim Schmuck habe ich halt Nina geschrieben. Und Nina kann ich einfacher schreiben als Infinity. Weil, schreibt mal schnell, ist Infinity. Da, also, da sind so viele Is und Ys und was weiß ich nicht alles. Wer nennt sich Infinity, ganz ehrlich? Ja gut, ist jetzt hier wirklich Frühstück? Ich wollte mich jetzt nicht nur von einem Cocktail ernähren. Hallo! Sonst machen wir uns einfach selber was. Hier ist ja auch eine Küche. Warte mal, stopp. Ach nee, wir haben ja heute gar keine Vorlesung. Alles entspannt, Leute. Hier gibt's keinen Ofen. Können wir dann irgendwie so einen Obstsalat oder so essen? Wer ist eine Acai-Bowl? Boah, Jasmin, das ist ja sowas von clever. Ich schreibe einfach Sim und dann so ein Infinity-Symbol dahin. Das ist schon eine richtig gute Idee, finde ich. Asna, Hallöchen! Nee, warte mal. Bei dir weiß ich jetzt gerade nicht, ob es auch ein Asna war oder Asuna. Also ich weiß, dass jemand anderes Asna ausgesprochen wird. Sag mir nochmal kurz, ob es Asna ist oder Asuna. Aber schön, dass du da bist. Und Stella, Hallöchen, herzlich willkommen. Sag mal, was machst du eigentlich hier? Und wieder keiner auf mich. Machen alle, was sie wollen. Hatte auch vor, mehr in die Streams zu kommen. Bin sonst eigentlich eher der zu ruhige Zuschauer. Also vielleicht siehst du mich jetzt bald öfters hier bis zur Gamescom. Ach, ich freue mich über jeden, der immer da ist. Also ihr müsst euch nie zu irgendwas gepressured fühlen oder so. Aber das freut mich natürlich doll. Das Erste, was Nina sagte, war, was hast du denn für schöne Pöppels? Hatte Spaceballs, ja, ich erinnere mich. Die waren ja auch wirklich schön. Und das dann schnell, da wird es dann vielleicht auch eine schräge Acht. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Ich mache einfach nur ein Infinity-Symbol da drauf. Und um es mir einfach zu machen, weil ich das dann so vielleicht nicht so gut hinkriege, drehe ich das um und male da wirklich einfach eine Acht hin. Boah, ihr seid einfach schlau. Also alles voll okay. Okay, perfekt. Miri, hallöchen, mir geht es sehr gut. Sag mal, was machst du eigentlich? Hört wieder keiner auf mich. Machen alle, was sie wollen. Ach so, ja. Ist er, also. So, stopp jetzt. Du räumst jetzt nicht auf. Das ist hier nicht deine Aufgabe. Du brauchst ein bisschen Spaß. Ach, guck mal, es gab wieder ein Hühnchen zum Frühstück. Lecki. Wir müssen uns noch auf unsere Vor... Also damit wir da halt perfekt drauf vorbereitet sind und wir einfach durchjetten können. Weil wir müssen nämlich... Ach, okay. Wir müssen eine Abschlussarbeit schreiben. Das ist ja easy. Das kriegen wir dann ja vielleicht dieses Wochenende auch noch hin. Aber erstmal machen wir uns jetzt an unsere Aufgaben. Let's go. Da wird jetzt richtig durchgepowert. Bip, 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 bip. Julia, hallöchen. Herzlich willkommen. Infinity und Plumbob drüber. Ja, ob es dann noch so persönlich ist? Och, dann sollte ich jetzt für Kika auf dem Bildschirm unterschreiben. Das waren noch schlimmer, Leute. Dafür seid ihr auch überhaupt gar nicht bereit. Eigentlich möchte ich auch gar nicht, dass es die Welt sieht. Aber ich glaube, das lässt sich nicht verhindern. Wir hatten doch unsere potenzielle beste Freundin hier. Die junge, ambitionierte junge Dame. Wo ist sie denn? Gar nicht hier. Wohnen die nicht mehr hier? Naja. Ich bin das erste Mal auf der Gamescom. Ich hoffe, ich hoffe so sehr, dich zu sehen, Nina. Also ich glaube, dass die Chance, dass man mich dieses Jahr sieht, schon sehr, sehr hoch ist. Oh, Mist. Also da gehe ich von außen. Sei denn, es kommen jetzt wirklich noch 500 Termine rein, dass ich so 500 Spiele spielen darf. Aber das will ich ja vielleicht auch gar nicht. Aber eventuell werde ich sogar von der Gamescom streamen. Cool, ne? Dann kriegen alle, die nicht dabei sind, so ein cooles Gamescom-Erlebnis. Black-Rosen-Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Serenity-Hallöchen. Hast du nicht viel verpasst? Nö. Wir waren bei der Family, weil Eva ja beim letzten Mal verstorben ist. Und dann haben wir die Zwillinge ausziehen lassen. Und jetzt kümmern wir uns die ganze Zeit um unsere Uni-Sachen, damit wir möglichst schnell unsere Uni abschließen können. Damit wir dann vielleicht beim nächsten Mal richtig in unser Leben starten können. In Real-Life-Streams sind tatsächlich, glaube ich, dieses Jahr gar nicht erlaubt. Also ich meine, ich hätte das irgendwo gehört, dass die dieses Jahr nicht erlaubt sind. Oder nur mit Genehmigung oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Mit Nasen-Piercing. Stimmt. Das Nasen-Piercing. Ja, ich erinnere mich. Würdest du dir in dem Fall gönnen, 500 Spiele zu spielen? Ja, also cool wäre es natürlich, wenn es halt auch wirklich Sachen sind, die mich alle interessieren. Also das eine, was jetzt reingekommen ist, das wäre schon super cool. Aber da hatte Antonia mir jetzt noch nicht nochmal was von erzählt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob da was zustande kommt. Und Sims-Luka-Löchen. Woran ist Eva gestorben? Sie ist vor Scham gestorben. Hast du schon von Life is Strange gehört, dass bald ein neues Game wieder mit Max kommen wird? Wir haben letzte Woche darauf reagiert. Letzte Woche Donnerstag. Haben wir ja einen Reaction-Stream gemacht. Das war auch einfach gesponsert von Square Enix. So krass. Das kannst du keinem erzählen. Also deswegen habe ich zu euch gesagt, es waren so viele coole Sachen, wo ich nirgendwo Nein sagen konnte. So, weil es halt einfach alles cool war. Okay, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Spaß, weil sonst wird das hier nichts. Leute, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hallo, Zilli, es läuft ganz wunderbar. Oh, was habe ich gemacht? Oh. Oh. Okay, ich gehe nochmal kurz dran. Ah, meine Schwester ruft an. Mensch, toll. Und... Oh, was? Oh. Da sie ist hier. Wo kommt der denn her? Oh, Mensch. Das ist ja jetzt so süß, dass er jetzt hier auftaucht. Mensch, süß. Naja. Vivian, Hallöchen. Kekstos, Hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, dass das neue Sims-Pack gut wird. Ich hoffe es auch sehr und ich glaube, es sind auch coole Sachen enthalten, aber ich glaube, es ist trotzdem wieder irgendwie ein bisschen ein Scam, dass es halt einfach ein Erweiterungspack ist und eigentlich gar nicht so viel da drin ist. Aber ich freue mich auf eine neue Stadt und ich habe auch die Hoffnung, dass es vielleicht eine Stadtstadt wird, also eine Großstadt. Also so, weil, ne, so ein bisschen Date-mäßig und so, das ist dann vielleicht ein bisschen mehr sein. Also so ein Mix aus Tartosa und Samayshuno, fände ich super cool. Äh, ja. So, jetzt ist hier ganz, also wir telefonieren mit Stacey, gucken aus dem Fenster und sehen, Tassi, was macht er denn hier? Und wir gehen nach unten und sagen ihm, hey, schön, dich zu sehen. Ja, weißt du, die letzten Tage waren nicht leicht. Wir haben in unserer Familie einen schweren Verlust, ähm, erlitten und es ist sehr nett von dir, dass du jetzt zufälligerweise hier vorbeischaust und noch den Müll von meiner, von meinem Studentenwohnheim rausbringst. Du bist einfach ein Goldstück, weißt du das? Stacey hat bekannten Tratsch über Barbie verbreitet. Ihr sollt nicht über eure Mutter lästern. Wegen Square Enix, sie soll mal lieber mehr Final Fantasy machen, als so was anderes braucht, neuen Final Fantasy Content. Das habe ich tatsächlich noch nie gespielt, ne? Final Fantasy. Ich gebe ihr mal kurz ein bisschen, ne? Ich erlöse ihre Blase mal kurz. Oh, ihr habt ihn mir gemacht. Also auch direkt mal, die sind alle Astrid beim Ratsch. Ne, da ist noch nix, aber okay. Komm, ihr verschönert mal seinen Tag. Ja, Sophie, das ist mein Plan. Weißt du, ich habe das mitbekommen, dass du nicht so gut drauf bist und ich hatte da so eine Idee. Naja, wir waren doch letztens bei meiner Family und ich habe gesehen, wie viel Spaß es dir gemacht hat, als du mit den Pferden unterwegs warst. Und, ähm, warte, lass uns mal ganz kurz um Rat bitten. Stopp, komm zurück. Wie wäre es, wenn wir eine Runde zu meiner Familie gehen? Oh, süß. Ne, noch nie, wirklich. Kingdom Hearts habe ich auch noch nie gespielt. Ich habe viel noch nie gespielt. Äh, ach, ne, freundlicher Rat. Ach, ich liebe euch doch so. So, okay, dann wollen wir was zusammen unternehmen. Ach, wie nett, schön. Und dann gehen wir jetzt zu seiner Familie und gehen zu den Pferden. Schön. Miss Jamie, danke schön für die drei Monate. Vielen, vielen Dank. Also, für die, die vielleicht bei den letzten Malen nicht so dabei waren. Darcy hat eine Familie mit einem großen Gestüt. Das ist die Familie. Äh, einiges davon war beim letzten Mal noch nicht dabei. Aber, oh mein Gott, wie süß sehen denn bitte die Hunde aus? Ich kann nicht mehr. Die haben einfach noch zwei Fohlen bekommen. Blitz und Klaumag. Ja, das kommt davon, wenn man bei MC Command deaktiviert, dass es ein Limit gibt, ne? Wie viele sind denn jetzt, also kann man das irgendwo sehen? Wie viele seid ihr denn? Das hat ja hier kein Ende. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir machen mal das UI kleiner. Äh. Zugänglichkeit? Äh. Äh. Das hatte ich ja noch nie. Haben die ein neues Side-Business aufgemacht irgendwie? Vor allem, ich kann mich nicht mal... Hatten die überhaupt einen Hund beim letzten Mal? Wo kommen die Hunde her? Ja. 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 Vor allem, das ist ja nicht mal... Also, ich kann nicht mal weiter rauszoomen, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall vorher, ähm, speichern. Falls uns das jetzt hier abschmiert. Ja. Warum leckt mein Spiel nur die ganze Zeit? Wirklich? Ach, du heilige Scheiße. Okay, warte mal. Ach, ich kann das doch nicht lesen. Aktuelle auf Standard zurück. So. Okay. Ja, ähm, lass mich in Ruhe. Also, wir speichern mal kurz. Ach, ich möchte einen mit nach Hause nehmen. Aber ins Studentenwohnheim können wir keinen mitnehmen. Aber die sind ja so süß. Gut. Ich weiß gar nicht. Mal gucken, ob der Spielstand überhaupt lädt. Also, der Haushalt. Ach, du heiliger Strohsack. Blecki, hast du es geklippt? Danke für den Clip. Und Milka, mach's gut. Und ganz, ganz viel Erfolg beim Lernen. Carrie, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich bin so gespannt. Okay, also, ich sehe schon jetzt eine Menge Hunde. Stopp, ich muss sie alle angucken. Oh mein Gott, die sind ja auch so süß. Ach, du heiliger. Guck mal, hä, da sind auch noch... Nee, das ist sein Schwanz. Er hat seinen Schwanz im Gesicht. Och, ist das voll süß. Guck mal, es heißt auch schon gar nicht. Die haben einfach schon gar keinen Namen. Basta, Lily, Sprick. Ach, Mann, toll. Ich hab Ava grad ein ganz kleines Stück Käse gegeben. Jetzt sucht sie überall auf, wenn es noch mehr gibt. Och, Mann, süß. Ach, schön. Genau, also, das ist aber deren Zuhause. Die haben hier so ein richtig schönes Gestüt. Das war der eigentliche Plan, ne? Happy Family. Äh, dass sie dann so ein Side-Business mit den Hundewelpen aufmachen. Dass sie hier plötzlich so eine Zucht sind. Das war jetzt nicht so gedacht. Aber noch sieht's ja recht übersichtlich aus. Warte mal. Wo kann man das denn nochmal sehen? Wo kann man nochmal sehen, wie viele Plätze im Haushalt frei sind? Kimi, danke für 15 Monate. Vielen, vielen Dank. Wir könnten den Zwillingen zwei geben und einen holen. Äh, wir uns dann, wenn wir ausziehen. Ja, vielleicht. Mal gucken. Ah, ist schon sehr süß, ne? Weil es passt halt voll. Wenn die jetzt so ins Hanmai-Shuno wären, dann fände ich es halt ultra kacke. Aber dadurch, dass die halt so eine große Farm haben, ist das auch irgendwie voll cool. Vielleicht, keine Ahnung, sind die auch so eine Pflegestelle. Und das sind so illegale Hunde, die die von einer illegalen Welpenzucht gerettet haben. Oder was weiß ich. Carrie, danke schön für deinen Lörg. Wie habe ich das denn nochmal gemacht? Auf dem Computer. Aber ging das nicht auch auf dem... Also so? Ich habe das doch bei der 100 Baby Challenge, habe ich doch auch immer irgendwas gedrückt. Aber ich vergesse doch immer alles. Naja, wir gehen mal klopfen und fragen mal, ob wir rein dürfen. Eieiei, aber es ist schon sehr süß. Oh, guck mal. Och, der ist ja auch voll süß, ne? Hallo, ihr Süß. Och, das sind doch ganz kleine. Och Gott, hier zeig dich doch mal hier. Oh mein Gott. Die sind auch irgendwie alle unterschiedlich. Also, dass irgendwie was ganz Wildes passiert. Ja, hier sind halt jetzt... Och, da ist noch ein zweites Fohlen. Hallo. Oder stand das da schon die ganze Zeit? Hier sind jetzt gerade noch keine aus der Family. Ich will ja gucken, wie viele in deren Haushalt da sind. Aber guck mal. Ach, da sitzt eine Frau. Aber sonst sehe ich gar nicht so viele Hunde. Vielleicht war das ja auch ein Bug. Also ein Anzeigefehler. Wer ist der? Ach so, ups. Ja, ja. Mit dem haben wir ja aus Versehen geflirtet. Verstecken die die im Keller? Ich glaube, das war ein Anzeigefehler. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Current Children 4. Das wollte ich nicht. Hast du schon gesehen, dass Caro jetzt ein lila Häkchen hat? Oh, wie schön. Na, endlich. Ja, sehr cool. Danke fürs Berichten. Kimi, ich glaube... Genau, also ja. Man kann in jedem Stall nur ein Lama und eine Kuh haben, ja. Aber bei den Hühnern bin ich mir gerade gar nicht sicher. Obwohl, ich glaube, 8 ist das Maximum. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Und Jasmine, Hallöchen. Und Jana, Hallöchen. Und Luna, danke für die 39 Monate. Vielen, vielen Dank. So, ich wollte nicht da drauf drücken. Ich wollte drücken. Ich wollte sehen... Obwohl, hier ist ja jetzt wahrscheinlich auch irgendwo ein PC, ne? Aber ich glaube, da können wir nicht sehen, wie viel in diesem Haushalt... Vielleicht ist das auch, dass man das nur im eigenen Haushalt, also in dem, den man spielt, sehen kann. Wo habe ich das denn nochmal gesehen? Ich weiß nicht mehr, wo ich drauf gedrückt habe. Corinne, danke für die 8... Äh, hä? 100 Bits, wie komme ich denn jetzt auf 8 Monate? Keine Ahnung. Ja gut, aber das... Also das ist ja gerade noch okay. Also entweder haben die ja noch irgendwo so... Äh, nee, da fehlt ja noch die Hälfte des Haushalts generell, ne? Also die anderen Pferde und... Ich habe gerade mit 10 Minuten Arbeit 600 Euro verdient. Äh! Eva? Wo kam der Dash her? Was war ein Dash jetzt? Dankeschön für deine 10 verschenkten Subs an die Community. Vielen, vielen Dank. Du hast recht, da spawnen immer wieder welche. Die waren hier eben noch nicht. Und das Kind auch noch nicht. Ach, du heiliger. Mein Leben ist... Der war auch eben noch nicht da. Oh, süß. Äh? Was macht ihr da? Verstehe ich nicht. Eine Spende für die Familie. Ihr seid doch wirklich verrückt. Also Eva, vielen Dank für die 10 verschenkten Subs. Und Marcel haut nochmal 777 Bits raus. Vielen, vielen Dank für die ganzen Hunde hier, ne? Aber wo gehen die... Also... Hä? Dann rennen die. Da ist ein bisschen Kacke. Okay, da rennen die überall hin. Weil ich wollte ja zu den... Da sind Kinder. Schön. Ich wollte ja zu den großen Pferden. Ich wollte ja reiten. Meint ihr, das Pferd steht noch da unten, wo ich es zurückgelassen habe? Vielen Dank für die ganzen Hunde. Ja. Was wolltest du denn sehen? Äh, wie viele Plätze im Haushalt noch frei sind? Weil da steht halt, ähm, die Zahl, wie viele im Haushalt sind, weißt du? Da, 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 da. Das ist vielleicht eine Begrenzung, wie viele Sims auf dem Lot sein können. Das kann sein. Und damit habt ihr auch recht. Stimmt. Ja, es ist überhaupt nicht hier. Ich muss auf den Sim klicken. Und dann auf Heirat und dann auf Nachwuchs. Nee, ich glaube, das ist aber nicht das, was ich meinte. Wo kann man denn Heirat drücken? Ach da. Ah, ja, du hast recht. Freiplätze im Haushalt 28. Jetzt ist halt die Frage. Ob ich denn, ob der Haushalt auf 100 ist? Ja, das ist halt die Frage. Ja, das ist halt die Frage. Ja, das ist halt die Frage. kann ich noch mal das einstellen wie viele im haushalt sein können ist mir dankeschön fürs verschenkt ist ab und franzi auch danke für sein zu haben vielen dank population naja okay war ich ja schon richtig oder anzahl der haustier pc kommt andere zentrale schön 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 Da waren 28 freie Plätze, Leute. Nicht 100, sondern 102. Und das hat auch einen Grund, Jasmin. Weil ich ja die 100 Baby Challenge gespielt habe. Und da musste man ja 100 Babys plus zwei Erwachsene. Deswegen 102. Aber ach, du Scheiße. Ach, oh mein Gott. Und kann man irgendwo einstellen, ähm, also gibt es ein Limit für das Grundstück? Aber eigentlich ja nicht, weil die 100 Baby Challenge habe ich ja auch auf einem Grundstück gespielt. Ich würde so gerne jetzt mit den Pferden reiten. Okay, wo sind Hä? Jetzt sind irgendwie alle weg. Oh ne, hab ich sie nur nicht gesehen. Ja, hallo! Oh mein Gott. Wie? Wie? Oh mein Gott, die sind alle so süß. Ich kann nie mehr. Ich möchte jetzt auch eigentlich mit dem Fohlen interagieren. Komm mal her, das wird dich glücklich machen. Mann. Die Hunde sind alle so süß. Ich möchte gerne alle. Das ist ja wirklich so, wie wenn man halt ein Tier adoptieren möchte. Und dann sind da einfach so viele süße Tiere und man kann sich gar nicht entscheiden. Und dann ist da auch noch so ein kleines Kiel. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Aber wenn es denen irgendwo gut geht, dann hier. Guckt euch das mal. Ja, guck mal, die fressen da die Pferdescheiße. Mann, dieses Grundstück ist so schön. Das ist richtig, richtig toll. Keine Ahnung, wer du bist. Ah, vielen Dank auch. Weil Leute, ich möchte nicht heiraten. Ich möchte nicht heiraten jetzt. Keine Lust drauf. Raw, dankeschön für deine 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Also die 2500. Nehmen wir mit. Ach ja, meinen Laptop muss ich wieder einpacken. Ach, das war Bibbel. Ah ja, okay. Das war ja das OG-Fohlen. Das ist ja auch sehr süß. Ähm, dann versuchen wir. Was heißt denn das? Zeichen? Bibbel fühlt sich zu unwohl. Bibbel, was ist denn los? So, ich packe mal kurz. Das ist ja ein interessanter Ausflug geworden hier, ne? Ich kann euch übrigens jetzt schon mal sagen, dass wir die Uni auf jeden Fall nicht abschließen werden. Äh, weil wir wurden durch eine Menge Hunde verhindert. Oh mein Gott. Was ist los, Bibbel? Bibbel ist verängstigt. Och, ich beruhige Bibbel jetzt mal. Alles wird gut, Bibbel. Alles ist gut. Alles, ach ja. Ja, guck mal, wir haben beide Angst. Jetzt geht es ihr wieder besser. Ach süß. Okay, dann reden wir mal mit ihr. Können wir sie füttern? Guck mal, du hast doch bestimmt Hunger, oder? Hunger niedrig. Ach Gott. Bip, 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 bip. Die Slice-of-Life-Mod hatte ich bestimmt jetzt vier oder fünf Jahre nicht mehr im Spiel. Also ich wusste gar nicht, dass sie noch geupdatet wird. Ja, lecky schmecky, ne? Lecky, lecky. Och süß. Das macht mich sehr glücklich, Leute. Ich hoffe, ihr wisst das. Weiß gar nicht, ob Darcy jetzt hier auch noch irgendwo ist, oder ob er wieder, ähm... Ja, er musste wieder mit seinem Dad irgendwo hin irgendwas machen. Aber du kommst bitte gleich nochmal hier hin. Ne? Ist ja ganz klar. Ach ja. Jetzt bell mich doch nicht auch noch an, sonst will ich dich doch erst recht gleich mit nach Hause nehmen. Guck mal, diese kleinen Scheißer. Ich kann nicht mehr. Warum tut mir das Spiel das an? Man konnte sie lange nicht herunterladen, aber sie ist back. Ich war aber nicht zufrieden. Ah ja, okay. Gibt es nicht auch einen Bibbel in Barbie? Ja, Bibbel haben wir benannt. Also das waren wir beim letzten Mal. Oh. Bibbel findet uns beschissen. Guck mal, ich bürste mal dein Fell. Jetzt geht es dir doch schon viel besser, oder? Ja, guck mal. Ach, ist das toll. Aber das Muttertier ist noch nicht wieder am Start, ne? Ab in die Handtasche damit, ja wirklich. Ich hoffe, die Hunde haben nicht Hunger. Gibt es hier was zu essen? Wir müssen das Grundstück gleich verlassen, Leute. Sonst mache ich mir zu viele Gedanken um die Hunde. Ist er jetzt wieder da, Darcy? Noch nicht. Wahrscheinlich kann er nicht spawnen, ne? Kann halt wirklich sein. Aber Leute, ich kann nicht... Wollen wir vielleicht ein bisschen... Ach nee, wir können nicht aufteilen. Weil... Der sagt dann ja immer... Äh, es sind mehr als acht Sims im Haushalt. Also, weil ich wollte gerade, ne? Dass die Hunde in andere Familien gehen machen, aber... Oder... Wir gehen mal wirklich ganz kurz in den Haushalt. Weil das... Also, das ist ja wirklich kein... Also, das ist ja... Wir können ja wirklich sagen, die haben halt ne... Äh... Hundezucht noch nebenbei aufgemacht. Oder halt hier, ne? So Hunde gerettet. Und jetzt vermitteln die. Und deswegen... Äh... Geben wir die dann zur Adoption frei. Wir gehen mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt überhaupt hinkommen. Geheim. Was ist denn geheim? Wir schauen mal, was jetzt passiert. Oh Gott. Oh, was ist hier schon wieder los? Ey, ich wollte doch einfach nur ein ganz kleines bisschen entspannt Sims mit euch spielen. Und diese Familie so... Was hältst du davon? Wenn wir jetzt 75 Tiere haben. Bis zum Anpfiff sollte es dann geladen haben. Ich bin mal gespannt. Ob es überhaupt lädt. Ei, 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 ei. Heidewitzka! Wenn du gehst in die einzelnen Haushalte und gehst hin, drückst auf die Welpen drauf und zu Familien hinzufügen. Aber es dauert halt so ewig. Ja, eben. Das könnte ich auch mal offstream so machen. Weil ich finde, also ne? Ich fände es auch schön. Keine Ahnung, wenn Barbie und ihre Family jetzt auch wieder einen Hund bekommen. Oh. Aber halt nur einen oder höchstens zwei. Okay. What the fuck? Ach, guck mal. Jetzt sind auch alle gespawnt. Guck dir, diese Haufen waren einfach... Gut. Also... Leute, wir müssen... Ich weiß, ihr sagt jetzt alle, ne? Wir wollen die alle behalten. Aber wir geben die ja zur Adoption frei. Also wir vermitteln denen ja ein neues Zuhause. Ne? Aber wahrscheinlich können wir die nur einzeln vermitteln. Oh mein Gott, ich wusste es. Mach nicht so ein trauriges Geräusch! Ach so. Kommt jetzt da... Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie? Ja, Flauschi. Wenn man jetzt im Lerk war, dann... fragt man jetzt sich auch, was hier passiert ist. Was ist dieser Haushalt? Ja, das war dir auch nicht so richtig. Ich kann die nicht löschen, Leute. Also guckt euch die kleinen Gesichter an. Das wäre ja, als wenn ich die umbringe. Selin, danke für die 15 Monate. Also ich meine... Eigentlich... Becky... Also ich möchte ganz kurz nochmal wiederholen. Ich habe damit nichts zu tun. Nix. 0,0. Die einzige Sache, die ich damit zu tun habe, ist, dass ich den... Dass ich vielleicht vergessen habe, das Maximum umzustellen. Ähm... Das wäre dann so, als hätte es sie nie gegeben. Ja, also... Finde ich nicht. Stimmt, wir müssten sonst ja alle kastrieren, sonst kommen doch immer mehr. Das ist ja wirklich wie in so einem Messie-Haushalt jetzt hier. Warte mal. Warum kann ich sie denn nicht aus der Familie entfernen? Ja, Becky, ich habe gerade schon einen zur Adoption freigegeben, aber der Adoptionsmensch kann nicht mal spawnen, weil so viele Tiere hier sind. Ahhhh... 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 Flick... Danke für die Clips. Ahhhh... 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 Jaa, Sheila... Frag nicht. Frag einfach nicht. Ahhhh... Was passiert denn? Ich habe das ja noch nie gemacht, weil ich ja immer alles behalten habe. Okay, das geht auch nicht. Sandy, hallo, na? Alles ganz entspannt und schön. Einer muss sterben? Ja, aber nee, Becci, es müssen ja, also eine Menge müssen weg eigentlich. Wie wäre es, wenn du noch sieben Erwachsene deinem Haushalt dazufügst und die damit jeweils zehn Hunden ausziehen lässt? Das Problem ist, das wird ewig dauern, weil ich das alles über hier so machen muss. Beziehungsweise, ich weiß nicht mal, ob ich das von denen dann aus machen kann, weil hier habe ich jetzt gerade gar nichts. Nee, Bea, ich möchte jetzt auch einfach, also... Eigentlich, wie gesagt, wäre mir das auch wirklich egal, wenn die sich nicht dann so krampfhaft viel vermehren würden. Warum kann ich dein, während ein Sim deinen Haushalt verlässt? Ah ja, hm. Das ist natürlich doof. Gehen wir mal ganz kurz so da raus. Kannst du auch über MCC die Welpen abgeben? Wirklich? Ich kann die nicht löschen. Anime Fangirl, danke für die 200 Bits. Vielen Dank. Selina, habe ich danke gesagt? Danke für die 15 Monate. Ich glaube, bei mir ist Testing-Scheats automatisch an. Aber das ging ja irgendwie nicht, dass ich die aus der Familie entferne. Ja, es ist Darcy's Familie. Deswegen, eigentlich könnte es mir ja auch egal sein. Aber ist es mir halt nicht, weil vielleicht spielt dieser Haushalt ja noch eine Rolle und die vermehren sich halt jetzt immer weiter. Warte mal, könnte ich jetzt theoretisch... Ja, okay, könnte ich. Okay, warte mal. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, werden wir jetzt erstmal das Maximum vom Haushalt runterstellen. Bevor ihr noch irgendwie auf die Idee kommt, das mit Kindern zu machen. Wäre ja barbarisch. Machen wir ganz entspannte 20. 20 ist fein. Wenn ihr 10 Hunde haben wollt, ist okay. Ne, holt euch acht Kinder. Ist völlig okay. Werden jetzt welche gelöscht? Ja, Mini, das habe ich jetzt auch gerade überlegt. Okay, wir starten das Spiel mal kurz neu. Muss ich speichern? Wahrscheinlich schon, ne? Okay, wir gucken mal kurz, was passiert. Ist hier wieder Party-Stream, ne? Also, warum? Ich wollte die Uni abschließen. Das ist ja wie bei Lukas Live. Immer kommt was dazwischen. Musst du sie nicht direkt löschen. Ja, aber ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass dann die Pferde gelöscht werden. Die, die nicht gelöscht werden sollen. Also nicht, dass die Hunde... Also, ja, ihr wisst, ne? Achso, die da zuletzt dazugekommen sind. Okay. Ach Gott. Das ist auch mal wieder eine ganz neue Erfahrung. Hier werden die Pferde priorisiert. Ja, deswegen sind wir da ja überhaupt hingegangen. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Ich habe übrigens Blumen bekommen vom Kika. Süß, ne? Einfach süß. Karo, hallo. Es geht ganz... Es geht uns ganz toll. Ganz viel Spaß haben wir. Ähm, das Spiel ist schön. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich äußerst gespannt. Auch die Blümchen sind ja süß von Cessa. Auch ein bisschen aus wie ein Spiegelei. Also das Ei in... Also das in der Mitte. Aber sehr süß. Amadoria, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Da wundert man sich ja dann auch nicht mehr, wenn das Spiel ruckelt. Ja, aber das geht ja eigentlich, ne? Also der... Ich will nochmal kurz wiederholen. Die Legs eben waren nicht in meinem Spiel. Das war nur in der Übertragung. Ich hab eigentlich, äh... Läuft mein Spiel so ganz gut im Moment. Erstaunlicherweise dafür, dass ein Haushalt 74 Sims, also... Mitglieder hatte. Enna, hallo! Enna, du... Also wirklich, wer jetzt kommt, hat den Super-GAU verpasst. Mais, Waffel, Hallöchen. Ey, frag einfach nicht. Frag einfach nicht, was hier passiert ist. Es war, äh... Es war, äh... Schwierig. So. Jetzt gucken wir mal. Mhm. Mhm. Ja. Aha. Äh, wo hab ich das jetzt nochmal gesehen, wenn ich auf was gedrückt hab nochmal? Heirat oder so, ne? Wo ist denn hier jemand? Wo hab ich denn eben nochmal drauf gedrückt? Achso, bei einem Kind kann ich da wahrscheinlich nicht drauf drücken, ne? Wo hab ich... Äh... Äh... Ja, jetzt seh ich hier aber keine Erwachsenen. Wahrscheinlich sind die noch nicht da. Ja, guck. Die sind nicht da. Komm mal. Bitte. Komm mal bitte nach Hause. Mittelschwere Krise. Der Busch ist am Brennen. Das ist nett. Danke, Diana. Okay, sie ist da. Alright. Sie ist auch gespawnt. Leute, ich glaub's... Ach nee. Ich hab ein bisschen Sorge, dass die Pferde gelöscht. Niedersdaalin. Äh? Äh... Also, ich glaube, sie sind alle noch da. Also, nicht, dass ich wollte, dass sie gelöscht werden, aber das wäre meine einfachste Lösung gewesen. Ja, Anna, da, das hast du verpasst und diese Liste geht noch ganz weit. Weiter rüber. Lukas, du glaubst es nicht. Plans for real, hallo, herzlich willkommen da. Ähm, gut. Äh. Äh. Ist mir jetzt auch egal. Ich hoffe jetzt. Wisst ihr, ich habe da jetzt keine Kapazitäten. Habe ich jetzt nicht. Immerhin können die sich ja jetzt nicht mehr vermehren. Weil es ist ja kein Platz mehr im Haushalt. Das heißt, die leben jetzt fröhlich bis an ihr Lebensende in diesem Haushalt. Und wenn sie sterben, sterben sie. Ich bewundere euch alle, ey, so, dass ihr das aushaltet, also das Spiel. Ich, Nina. Ja, ja. Ja, ja. Oh, du kleiner Gag. Gut. Ähm. Das Pferd war ja, ja, natürlich ist es jetzt weg. Mann, also das männliche Pferd war ja eben da. Vielleicht spawnt er Darlinger jetzt, wenn wir Darling mal kurz anrufen. Ich muss jetzt auch ganz dringend pieseln. Ich muss kurz Stress pieseln, Leute. Ich beeile mich sofort. Also ich beeile, also ich bin, ja, bis gleich. Eine Sekunde. Ich beeile mich sofort. 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 Hallo? Na? Habt ihr das Problem lösen können? Oh, mein Gott, ey. Gut, äh, wir rufen dann jetzt mal kurz das Pferd an, ne? Okay, Becky hat das Problem von Hunden zu Ziegen. Ja, verstehe ich. Äh, verändert. Ach, guck, das Pferd ist da. Leute, der Rest ist mir jetzt sowas von egal. Ich gehe jetzt reiten einfach. Wir gehen jetzt das Pferd einmal kurz ein bisschen... Wir kraulen dem mal den Hals. Guck mal, es braucht nämlich auch Spaß, so wie wir. Ja, warte, ich gebe uns nochmal... Hä, wo kommt unser Spaß her? Ja, weil wir Zeit hier in der Family verbracht haben, ne? Oh, jei, 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 jei. Aber jetzt ist ja gut. Jetzt finde ich es gut. Ne, dann haben die halt jetzt so viele Hunde. Die sind halt jetzt ein Gnadenhof. Es ist jetzt so. Ne? Schön. Um 21 Uhr können wir... Ne, wir gehen jetzt nicht mehr reiten. Weil ich hatte eigentlich noch was super süßes anderes vor. Oh, vielleicht können wir ja morgen noch reiten gehen. Ne, hier wird nicht mehr gepaart. Okay, es hat auch keinen Bock auf uns. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als wenn wir ein ganz wunderbares Wochenende, äh, ganz wunderbaren Nachmittag mit dem Pferd hatten. Ich möchte aber jetzt gerne mich noch ganz romantisch an das Lagerfeuer setzen. Oh, schön. Alifornien, hallo! Schön, dass du da bist. Lil Simsy hatte mal ein ganzes Riesengrundstück voller Hühner gestellt. Das Spiel fand es nicht lustig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war wahrscheinlich sehr pain. Ach ja, den Laptop wieder einpacken. Ihr habt recht. Und dann gucken wir jetzt mal ganz kurz, ob... Äh... Ne, er ist nämlich gar nicht mehr da. Dann müssen wir Darcy nochmal kurz einladen. Nein, du setzt dich jetzt nochmal hier hin. Äh, Lenn, danke für die 8 Monate. Leonie, danke für die 11 Monate. Und Lupita, danke für die 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Wo ist denn hier der Briefkasten? Kann ich alle... Oder macht das dann wahrscheinlich meinem, ne? Naja, ist ja auch egal. Wir erfüllen mal von allen die Bedürfnisse. Komm wieder zurück, sonst fackelt gleich noch ein Hund ab. Dann gibt's heute Hot Dogs. Meine Lösung für die Probleme. Wir machen Hot Dogs. Darcy, kommen Sie, kommen Sie. Ich möchte mit Ihnen romantisch am Lagerfeuer sitzen. Desi, Allöchen, schön, dass du da bist. Na komm schon, warum kann der denn jetzt nicht spawnen? Warte mal, ich hab noch einen Plan. Ähm... Wie geht nochmal der Cheat, dass man bauen kann? Enable Free Build. So. Dann wird er jetzt hierher teleportiert. Da kenne ich jetzt keine Gnade. Nee, Adrian haben wir noch nicht abgeschossen. Aber der meldet sich ja auch nicht bei uns, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Och, Mensch, Darcy, wie toll. Schön, dass du jetzt hier bist. Wir freuen uns so sehr. Was hat sie denn da jetzt? Schmeiß das dir schön weg. Äh, Darcy! Wo ist er denn jetzt schon wieder? Hä? Er ist wieder D-Spawned! Naja. Wir, ähm... Erzählen mal eine Abenteuergeschichte. Und zwar für Diana. Und neben mir ist ein süßer Hund, ja. Duke. Hallo! Oh mein Gott, Duke, hör doch auf. Oh! Oh! Ich kann doch keine Geschichte erzählen. Nice go! Oh! Äh, super! Oh! Okay, er hasst uns. Gut. Du wirst gelöscht! Spaß! Nina, danke schön für die 34 Monate. Vielen, vielen Dank. Och Gottchen, seid ihr alle süß. Ja, aber jetzt hatten wir einen ganz super tollen Nachmittag bei seiner Familie. Das war ja wirklich wieder sehr, sehr süß. Wir gehen nochmal ganz kurz zu Darling und, ähm... Würsten ihr das Fell? Guck mal, ihr geht's ausgezeichnet. Ach Gott, Leute. Das ist wirklich... Also das hat jetzt, ähm... Ja... Warte, no. Ich muss denen mal kurz Hundenäpfe kaufen, Leute. Also, geht nicht anders. Sonst, äh, kann ich nicht weggehen. Hier so im Stall. Ich seh nix. Ähm... Ja gut, das sind ja... Warte, oder? Ja. Hier im Stall gibt's dann so die Fressstation. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das muss reichen. Und dann... Gibt's noch so ein schönes Bettchen hier hinten. Und dann haben die halt jetzt einfach eine Hundezuchtstation. Also, ich meinte... Ne? Au! Da geht's noch auf den Heuboden. Uhuh. Ein Heuboden. Sag von Weitem aus wie eine Horde Erdmännchen. Ja, also wirklich. Hier gibt's auch keine... Ja. Ja, ach Leute, ich weiß es doch nicht. Schön. Super. Dann kriegt ihr jetzt noch hier so... Nee, das sind nicht die hier. Bälle. Guckt mal, wie toll. Hier könnt ihr mit den Bällen spielen. Da ist ein Ball. Ball. Ball, Ball. Schön. Süß. Okay. Und dann füllen wir die jetzt noch kurz auf, weil wir so eine gute Seele sind. Wir haben ja gerade eh Geld geschenkt bekommen, ne? Ah! Und nachdem... Aufregenden Tag gehen wir nur nach Hause und werden uns wieder um unsere Uni-Sachen kümmern. Aber Leute, wir haben uns vorgenommen... Wer wohnt denn da? Warum habe ich hier gespielt? Wir brauchten Spaß. Wir haben Spaß bekommen. War halt Spaß der anderen Art, ne? So. Ah! Ho, ho, Hallöchen! Das war ja jetzt wirklich was, ne? Kannst du wirklich keinem erzählen. Ich wollte mich heute wirklich doll auf die Uni konzentrieren. Ich habe wirklich gedacht, heute schaffen wir es, die Uni durchzuziehen. Ich glaube, wenn nicht Wochenende gewesen wäre, wenn nicht das jetzt passiert wäre mit den Hunden. Leute, wir hätten sowas von durchgezogen. Wir hätten sowas von durchgezogen. Stattdessen haben wir jetzt nur die Präsentation fertig. Und ein paar Hausaufgaben. Es ist einfach nur schön. Bei Dreamlight Valley gibt es jetzt Capybaras. Hör doch auf. Ja, gut, dass wir nächste Woche spielen. Hausdrecher, Hallöchen! Wer konnte das mit den Tieren auch ahnen, wirklich? Und Shelly, danke noch. Vielen, vielen Dank für die Glückwünsche. Und Linda, Hallöchen! Ach, hi, der Witzger, Herr Kapitän. Ja, ach nee, wir haben ja spät. Aber uns geht es ja voll gut, ne? Ich habe mir das ja aus Versehen jetzt leicht gemacht. Aber egal, wir hatten jetzt Struggle. Jetzt können wir uns mal kurz hier ein bisschen durchlümmeln. Das war Chelsea's soziale Projektarbeit. Nettie? Nettie sagt, oh mein Gott, jetzt hört es auf, Leute. Jetzt hört es auf. Das ist eine richtig gute Idee. Das war toll. Sie hat halt auf dem Hof ausgeholfen, ne? Wenn jetzt irgendwer stirbt. Wann wollt ihr immer alles? Mir doch egal. Koppelt euch halt ab. Julia, danke schön für die 13 Monate. Vielen, vielen Dank. Die Capybaras kommen dann in der Erweiterung beim Dschungel, bei Rapunzel. Oh mein Gott, wie süß. Mega. Ja, super. Jetzt haben wir aber das auch schon mal abgeschlossen. Hier kommen wieder fremde Männer. Ich will eigentlich nur mit meiner ambitionierten Freundin Hausaufgaben machen. Geht weg. Dann haben wir das auch schon abgeschlossen. Traumhaft. So Chelsea, wir rattern das jetzt durch. Nächste. Setz dich hin. Mach Sitz. Jetzt werden nur noch Hausaufgaben gemacht. Keine Zeit für Spökes. Was machst du nach Rapunzel? Ich glaube, nach Rapunzel kommt Bell. Uh, Level 5 der Logik-Grechtheit. Also meine ich. Dann spielen wir Bell. Mir geht's sehr gut, Julia. Ich hoffe, dir auch. Und ich bin sehr in Fußballstimmung. Deswegen höre ich jetzt auch gleich auf zu streamen. Weil ich jetzt zu Lukis Familie düse. Dann gibt's da noch eine Bratwurst. Und dann... Also eine Veggie-Bratwurst, ne? Und dann gucken wir Fußball. Mit der jungen, ambitionierten jungen Frau. Mit Nasenpiersing. Genau. Genau die. Die hat uns gut getan. Komm, mach jetzt noch schnell die Hausaufgaben hier fertig. Und dann... Hammers. Let's go. Soba. Sehr gut, Chelsea. Okay. Wir haben's geschafft. Ich hab gerade überlegt. Obwohl, ich würde Freitag gerne Pläne zuspielen. Ja, aber nächste Woche gibt's ja dann wieder Barbie Legacy. Genau drei Stunden hab ich jetzt gestreamt. Das ist ja ein Träumchen. Leute, es hat mir so viel Spaß gemacht. Das war ja einfach wieder sowas von super mit dem Hundechaos. Also ich liebe mein Spiel manchmal sehr. Also natürlich war es jetzt wirklich wieder sehr aufregend, aber es ist auch einfach sehr lustig. Also hier gibt's immer wieder was Neues zu entdecken. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freu mich jetzt schon wieder sehr auf nächste Woche. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir nächste Woche dann die Uni abschließen können. Dass wir dann in unser Leben starten können. Und vielleicht der Familie von Darcy ein paar Wesen abnehmen können. Das ist ja schon ganz cool, dass sie da jetzt auch zwei Fohlen haben noch. Also drei Fohlen. So dass wir vielleicht sogar davon, ne? Just saying. Just saying. Just saying. Mal gucken. Äh, schauen wir dann, wenn wir dann soweit sind. Aber für den Moment erstmal vielen vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Stopp. Falls ihr was bei Asam Beauty kaufen möchtet. Ne? Der Code ist dauerhaft gültig. Das heißt, ihr könnt auch noch die nächsten Tage bestellen. Ähm, Freitag gibt's dann auch noch mal eine Asam-Platzierung. Das heißt, da könnt ihr auch noch mal Fragen stellen oder was auch immer, wenn ihr da noch irgendwas habt, ne? Ähm, genau. Nee, Simfinity 15 ist der Code. Dann kriegt ihr 15% Rabatt. Und jetzt düsen wir zu Caro. Denn Zölli hat mir ja gerade geflüstert, dass sie endlich Twitch-Partner geworden ist. Da hat sie sehr, sehr lange drauf hingearbeitet. Deswegen düsen wir da direkt mal hin. Und dann könnt ihr da einmal ganz, ganz viel Liebe dalassen. Und ihr zum Partner-Status gratulieren. Und dann wünsche ich euch natürlich super, super, super viel Spaß heute Abend auch beim Fußball gucken. Ähm, also wenn ihr guckt, wenn nicht, wünsche ich euch einfach so einen schönen Abend. Morgen sehen wir uns nicht, weil morgen bin ich bei der Tabea. Aber morgen könnt ihr unbedingt gern bei Luki zugucken. Da gibt's morgen spannende Dinge. Ab 16 Uhr, glaube ich, streamt der Morgen. Und ansonsten bin ich am Freitag um 10 dann wieder hier. Und, ja. Ich glaub, mehr gibt's jetzt erstmal nicht zu sagen. Danke für den wunderbaren Stream. Danke für alles, ihr Lieben. Danke für die Unterstützung. Danke, dass ihr so seid, wie ihr seid. Und, dass ihr alles so supportet, was ich mache. Das ist einfach nur schön. Und jetzt wünscht ihr euch ganz, ganz viel Spaß bei Caro. Lasst ganz viel Liebe da. Und macht's gut. Tschüssi.